Ja, dann bleiben wir mal da gleich bei LIDA Pro. Da haben wir nicht so weiter drüben, das ist ein Rollstück, ja. Find Information, OSG-ECO, ALF-XL, TENGO, hello. So lange es geht, 1, F-TENGO, wie Information? OSG-ECO, ALF-XL, TENGO, just a part of the destination of the ALF-XL. Frag die ARA 7000 Request Aeropathic Training in der ARA Hölle, es ist ab zu 6500 Witsch. Ah, 4200. 4200. Frag die ARA 7000 Request Aeropathic Training ist approf. 1014, OSG-ECO, ALF-XL, TENGO. 240? Ja, 130, ATC, TENGO, IS APPROVED, TENGO. 0,040. Okay, SIG-ECO, SHAREN It has been. Okay, ruhig ausgleichen. Habe ich noch rechts auch? Ja, ja, mach. Ach so früh. Ja, ich siehe. Nein, zuerst einmal warte. War das jetzt zu, oder was? Ja, ja, ja. Du schaust überhaupt nicht aus, ob die Lächselhechts leveled ist. Und dann hochziehen und wieder stabilisieren? Ja. Ja, dann hochziehen, 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 hochziehen. Und jetzt. Und erst stabilisieren, oder? Ja, natürlich. Tempo aufnehmen, stabilisieren, schauen, ob die Lächselhebel sind. Lächselhebel? Okay, dann ziehst du dich an. Und gewinnen. Genau, und jetzt nachlassen. Nachlassen, ja. Gas stehen lassen, gell? Ja, jetzt was du gehst, nimmst du es langsam raus, das Gas. Ja. Und dann ziehst du es wieder ordentlich durch. Das ist eine eigene Wake. Wir haben unser eine Wake bewischt, ja. Ja, super gut. Eine Wake's level. Ja, okay. Ja. Und jetzt nachlassen, nach, hochziehen und dann trotzlich. Los, 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 los. Okay, die war. Ja, aber diesen Randfutter wechseln. Bitte? Ja, aber diesen Randfutter wechseln. Ja, wir haben ja nur den Randfutter wechseln. Ja, okay. Nach links oder nach rechts? Nachlassen, 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 und dran. Oh, toll, toll, toll. Ja. Und weder viel von Seiten oder abstützen. Okay. Okay, okay. Stabilisieren. Ja, genau. Gebel. Ja. Du. Schiebst du das Gas aber noch hoch normal, oder? Ja, natürlich. Vollgas. Und warten und stabilisieren und... Direkt zu uns. Ja. Und nicht zu viel ausleiten. Ja. Ja. Und halten. Ja. Eiten und zurück. Zurück, ja. Dann führ ich nach links. Ja. Und stützen. Ja, dann musst du... Ah, das war ein Züge. Ja, dann musst du... So geht die Messerflucht. Was? Messerflucht. Ich schau am Nebel. Ja. Okay. Links, ne? Ja. Und ein bisschen ziehen. Da war jetzt der Randfutter. Ja, scheiße. Jetzt aber noch nichts. Ja.